Jetzt ist die Aufnahme an. Ich starte jetzt. Was war das? Jetzt. Warte, 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 warte. Ich hab die Aufnahme jetzt an. Willkommen zurück zur Pokémon Saphir, Rubin, Rubin, Saphir. Langweilig. Man muss schreien und damit Willkommen. Ungefähr so. Ja, genau so. Egal, seid ihr bereit. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Schon wird cheated. Wow, er hat einfach nichts gemacht. Ich kann auf einem Rad fahren mit zwei Rädern. Wow, meine TM 47 ist bis. Hallo, das ist ne Attacke, die man einsetzen kann. Die aber keinst von meiner Pokémon kann, weil Stahlflügel war. Ja, Stahlflügel. Pomelo von Taubos. So, holen wir uns ein Pokémon. Taubos hat irgendwie Krämpfe in der Zimmer. Und mein Encounter ist... Ein Stück hoch. John Cena, D, 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 D. Ich hab ja schon gesagt, welches Pokémon mein VL Sklave wahrscheinlich wird. Chirachi. Schon wer? Ja, schon wer wird mein VL Sklave. Nein, Kappa wird mein VL Sklave. Wie? So, Route 110 ist ein Spoink. Ein Schlupok, Mann. Das ist wieder ein Marci, ey. Schlupok, Schlupok, Marci schon wer, ey. Schlupok, Schlupok, Marci schon wer, ey. Oh, das ist das überdebt. Jetzt hab ich mein Marci in Platin random Marci genannt. Versus. Hast du ein Marci Schlupok genannt? Ja, genau. Ja, genau. So gelbe Flöte brauch ich nicht. Kappa, du kannst doch jetzt nicht zugeben, dass du so ein LPs guckst, sonst dreht er wieder durch. Ich würde niemals durchdrehen. Nö. Ich drehe nämlich immer am Rad. Wir heißen nicht Terminass, dafür drehen wir nicht durch. Au! Au! Das musstest du ja sagen, oder? Boah, also der meint die Bummeluf-Para-Walzer. So bin ich's boink. Hm, Moment mal. Warte mal. Oh, mein Team ist halb tot. Moment. Awesome! Oh. I like it. I like it like that. Nein. Okay, mein Spoink heißt, es ist dick weh. Dick weh. Dick weh? Dick weh? Dick weh. Ich weiß schon. Ja, ich hab keinen Sinn. So, wer holst du jetzt einen zweiten EP-Teiler? Nein, die Schnauze. Hat Kappa gerade gesagt, er hat keinen Dick? Ich hab das so verstanden, wer noch? Wer kann's konfirmen? Ja, ich auch. Ich konfirme gar nichts. Danke. Ja, das ist auch langweilig. Du hast ja einen Chirachi, weißt du. Ja, bestes Pokémon. Wird Glücksei. In der Welt im Gesicht. Hm. Oh, Mann, ey. Der hat einen Krebskorps. Oh, die Menschen. Ist Krebskorps eigentlich ein Krebs, der tot ist? Nein. Warum heißt das dann Krebsleiche? Oh, kein Item. Der Korpus heißt, also Körper. Schreckiger. Eh, der hat ein Vibrava. Kein Item, oh. Weißt du, da merkt man ja, Kappa kann kein Englisch. Ach so. Vibrava hat noch keine Bohnenattacke, oder? Bohnenattacke. Dann schießt man Bohnenattacke. Los, Bohnenattacke. Los, Bohnenattacke. Und alle furzen sich tot. Das ist die, du weißt schon, das ist die Pflanze aus Blandsters und Zombies. Du weißt schon, mein Lieblings Pokémon. Dann war da die Blume. Das ist viel besser. Ja, eben. Ich dachte gerade, die hast du in deinem Bild. Genau. Ich kämpfe jetzt mal gegen Heiko. Heiko, 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 Noma, Noma, Noma. Oh nein, Kai Kapador, nein, Kai Kapador. Oh nein, Kai Kapador. Oh nein, Kai Kapador, ohne Mann. Oh nein, Kai Kapador, ohne. Oh mylie, mylie all, mylie all, mylie all. Mein selber bin ich Kapador. Ich bin Kapador. Ich bin ein Skoolgirl-Klose-Männlich. Ein kleiner Tipp. In Kernen Spielen mit Rückkämpfen. Wenn ihr einen Gegner habt, der 6 mal Kapador hat, fordert ihr nicht zum Rückkampf heraus. Wieso nein? Wieso nein? Wieso nein? Wieso nein? ja der typ in schwarz der hat mich ziemlich gefistet mit seinen sechs mal gerados er hat schwarz was kann denn gar nicht 112 112 112 112 leute 1 12 ich sag's dir 1 12 ist amal du warte ich habe die vorentwicklung amal du kann nichts das ist schön wenn als faria draußen gerade mit dem eispokémon also muss ich nicht fangen ich habe die vorentwicklung die irgendwie heißt und es geht auf leben okay das sage ich nicht was ich gefunden habe ein flugzeug das ist nicht war er hat schon wieder irgendwas gutes du hast schon legendäres pokémon 118 nein willst du pokémon oder alt im meister ball hat ja hast du meister ball liter k will ich die tagging cola zähler was hast bekommen kommt ihr habt mich das sage ja sowieso das war ein meister ball der darum lagen wusste er hat doch nicht gehabt ist der eigentliche meister ball eigentlich auch gewendet also denn hier nicht wenn du ihn von einer person bekommst wir eigentlich ja okay dann ist ja der kann sich noch ein legendäres fahren und es wird freundes als freikarte er könnte sich auch ein körper doof an oder also karl fang ich habe doch die meister ball ja ich gehe ja jetzt in den drücken weiter ich hoffe sein nein ich hoffe ich hoffe sein legen ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich will dass ein legendäres pokémon ultra stark ist und ihn fickt oder ultra scheiße und er halt schnell durchkommt was auch schlecht wäre nicht aufwachen moment und hier kriegt doch noch ein alter oder finger weg von meinen items nein von dir nicht von dir irgendwo hier kriege ich noch ein item ich habe es gefangen und ich nenne dich gut aus zum glück haben wir keine fähigkeiten ja das wäre eigentlich ganz offen für mich ich hoffe man nicht dass er noch hyperstraße kommt leder king ist oder so ziemlich aus dem ich habe es der die freu hat eine andere fähigkeit stell dir vorher die kraft koloss ein quack stell dir vorher eine andere fähigkeit kraft koloss das ist keine was ja schutz wirkt nicht mehr das ist auch geplant ist schutz nicht mehr wirkt so was ich was ich was so ein opfer was so ein opfer was ich finde ich nicht cool das ist hässlich von dir kriege ich auch ein item nein finger weg von meinen items dann soll es um piste flummel der flummel geschichte sein es heißt pad blumen ok ich habe wieder bei bekommen das ist nicht ganz so toll ich kriege nur bären und er beschwert sich über ein gratis ball ich habe es ist aber kein meister ball leute so jetzt wird sich erst mal der peter in der zweite peter da geholt da ist doch viel so wer darf der peter tragen ich kenne es gegen dich als mexikanische ente körper aber es ist weiblich naola ja naola darf den dingstens tragen ich habe zweimal das item hat hack attack hast du ein flug pokémon du darfst nichts auf jeden jetzt redet der doch weiter ich rede so oder so weiter das ist ein fucking let's play da muss man reden nein das mache ich nicht nein wir machen jetzt den marcy bitte sagt mir dass die schutz kaufen kann bitte sagt mir dass die schutz dort sagt ihm er kann keinen schutz kaufen und er kann dort 50.000 kaputt ja ich kann mir schutz kaufen zehn zwanzig stück drei drei ich nehme dich nur drei mein nugget verkaufe ich jetzt einer nicht einen geilen arsch nugget nicht einen geilen arsch nugget was der wanderer hat naples und ich habe angst dass das vegetarier erst mal draufschlagen es hat kein vegetarier ich werde schon mal kein rettern trainieren vergiss es es hat ein mäßiges besen das ist gar nicht mal so gut und für einen gift typen der physisch ist auch niri du mein gewalt ruhe ist froh also was soll ich sagen was soll das also stimmt pflanze ist komplett und gewalt und gewalt wird auch speziell und auch ein 30er dv ich bin cool es ist kurz vor ort ein 30er dv richtige 31 so guter 111 hier kriegt noch ein pokémon was du hast da kein lapras gefangen nein ich habe da kein lapras gefangen warum nicht weißt du epipaktes ist halt so ein richtiges nicht loreblatt weil loreblatt hat so viele scheiß rasierblätter gegeben ist es ist ein richtiges nicht loreblatt wow es ist ein richtiges nicht loreblatt ja epipaktes ist awesome loreblatt ist so ein glück auf route 111 jetzt bekommt er irgendwie so ein reich war also dann die oxt ist oder dann gehe ich ihm hinterher und tritt ihm in die eier oder kajoko oder sowas impergator benutzt den meisterball impergator ist gar nicht so geil benutzt den meisterball benutzt den meister sonst kannst du es nicht fangen ja ich benutze den meister jetzt gegen der rasierblatt daneben ey es ist ganz richtig cool so ein schmerbel zu haben jetzt habe ich hier so ein reiku vor meiner nase obwohl man braucht einige wasser vor ihm und hat sich klar hinten power pflanze hinten power pflanze scheiß Hurensohn wann es passiert erzähl uns mehr kapper erst mal weggekrintet mit bisks weg das schmerbel es ist richtig geil schmerbel zu haben und tot wow das war es mit meiner elektroimmunität feuriger pfad feuriger pfad feuriger pfad feuriger pfad feuriger pfad ninkada jelle warte pokéball los ninkada ninkada ey das sind zwei pokémon wenn du es weiterentwickelt das ist korrekt eins davon ist scheiße eins davon ist scheiße aber man kann beide gut nutzen tatsächlich kann ein ninkada entwickelt welches nicht geist pokémon ist echt arbeit tun weil das halt so fucking schnell und ninkada ist niniast nicht sogar der schnellste notenlegend niniast ist gar nicht mehr so schnell niniast ein das ist schneller als kohl beim cheat ich cheatet nicht nene 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 habe ich mich gerade guckt okay ich habe den gegner geblieben moment hier ich denke da ist war sondern da sind sie wieder die alten menschen ich kann es nicht schrödinger nennen noch einen buchstaben es heißt schrödinger lässt mich am arsch nichts kann man mir geben in diesem spiel ich habe euch alle chaotix wollte ich jetzt nicht trainieren ja ich auch nicht was im premier war und kein meister war aber wir müssen jetzt erst durch den feurigen pfad wir müssen erst nach lauf wechselfeld sollte schon angreifen ich gehe um der eis attacke ausweichen boden jetzt wird er niemals erwarten ich würde ich niemals betreten weh dass kai für kann ich stein attacke dann aber erst seit 4 es hat anscheinend keine speckschicht bärm jungen speckschicht ist auch die versteckte fähigkeit du auch bei dir nicht da muss ich jetzt darüber nachdenken also zwei peter zu haben ist eigentlich gar nicht so alter ich habe gerade drei level von dem fisch bekommen nein ich will kein interview kein interview keine ich dachte wortest du schon aber bei rtl mitmachen warte du bist erst da ja ich bin unangefochtener erster und das ohne cheater rei doch du bist trotzdem ein cheater halt die schnauze nein ich will es gar nicht töten weil ich nicht behindert bin dann fange es halt beim gegner pokémon ja du hast doch ein meisterball also ja wirft den meisterball und schau was passiert ja ich kämpfe gegen halt schon wer was ging er hatte die katze ist auch ich habe den kapotor nein gegen hubbelow ach so ja ja weil in seiner ok weiß was ich bin ich sauer dass ich das in den kadern gefangen habe meine andere möglichkeit werden wir gar nie gewesen und ich mag ich nicht du musst daran denken wenn sich nindias weiterentwickelt dass so ein fein ja ganz behindert bin ich nicht aber ich glaube es wird die pokémon ich war da auch noch was oder wirklich du hure megani kann ein ding um einen zu ärgern und das setzt ein obwohl es kann auch reflektor und lichtschild okay aber das ärgert mich nicht weiterhin nach dem kampf alter ist das perfekte man um pokémon zu schwächen es haut mit glut jedes pokémon den roten bereich nicht weiter okay das macht mir jetzt gerade angst tremo reizt zielschluss zielschuss ein es geht los jetzt kann ich ja vorgeteckt ja vor allem geofisur demo reit so ich hier ist guter 112 hier kriegern counter 1 glaube ich ja kriegt mit den buchten buchten ja ich meine ich hatte das wäre auch fair er hat sich nicht mal scheiße das würde ich einfach ans team packen für die mitnahme jetzt mit namen hat was soll es denn sonst haben hat es ist ja auch angsthase kann es doch haben angsthase jetzt hört auf du bist so geradax wurde gefangen das nächste alte was dann geht das glück sei oder so was inna toge tic kann es nur gehen hat was gleich werde ich mir vergiftet den letzten doch schon wer ist schon wer tut der popo ja okay warum haben die sandwirbel ich habe beschlossen ende diese bis zum partner nicht mehr zu reden ich werde an papa sollte sich ein beispiel wie viele monst hast du jetzt schon wieder verloren 1 gerade an metronomexplosion von torgetik explosion dafür tatsächlich hat aber style da wäre ich gar nicht mal sauer wenn es jemand anderem passiert aber der gegner ist auch toter du mal das war ja schon wer hat welches pokémon hast du verloren kann es mich haben wir ja was war dein stärkstes mann glaube ich aber das war das stärktes mond es kritisiert einfach alles ich bin nicht mehr verwirrt ich hätte auch so gerne japan war ja immer okay topschutz geduldet danke eigentlich so ein hässliches hässliches denn du musst das jetzt gehen das ist nur ein rass auf immer noch da wo ich davor war nur ich habe 23 was ist denn los mit diesem raikus alter alle meine pokémon hauen genau in den roten bereich und weigern sie sich mehr schaden zu machen ja und jetzt kommt die super angeteilt und ich habe stern schauer schön für sich hat so fahrzeug das gibt es nicht ich habe jetzt gerade ein kleines problem ihr seid beides probleme ich habe kein switch in mehreren rai kuda gerade mein pandy getötet worden ist das raikus level 14 das hat bis und donner schock und ich habe ein schiller und ein russ anna mit bis im gegensatz zum schock aber das heißt scheiße von wegen einem ross an habe jetzt vergessen was da gerade reinkommt ja aber ross anna hat eine recht solide spätste 48 bitte gehen einfach für heule oder so als das gott warum das ist nicht in die score klar farbe doch das gogler hat den jet 3 eine andere farbe das sieht aus wie ein schein wie sieht scheinnis gott aus dass mittlerweile so ich habe total vergesst dass ich ihm ich dachte grad ist das echt scheini aber es hatte keinen ich bin bling 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 okay ich unterschätze niemals ross anna spezialverteidigung unterschätze niemals ross anna hässlichkeit hätte es nicht noch schwarz sein können dann wäre das reken vielleicht abgehauen was war schon du solltest schon verstehen dass manche wir zu die werden halt normalerweise aus dem grund gemacht damit leute nach das war auch kein witz einfach nur 0 1 witz ach so ja ich war ich hätte auch ich fand das nicht witz ich mag schwarze wirklich nicht ich bin kappa einfach nur warte du bist 1 rassistischer typ das muss schon was heißt wenn er kann ich mal was nicht anfassen will ich habe noch ein upgrade gefunden jetzt bin ich doppel upgrade ich habe hat 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 habe ich drei stück glaube ich muss eins abgeben ich auch ich brauche das für mein lapras himmelsfeger müssen wir nicht langsam bei 25 23 bis sind wir bei mir gerade das hatte ich nicht erwartet reflexion denn die weg gefickt kirachi levelt richtig langsam ich muss es ganz überlegen was ich tun wollte ist aber drei meter flotunnel schön das moment ist auch noch ein trainer ja ich mache alle trainer ich will die level abhaben damit ich nicht so viele punkte was war forsch noch mal auf dem wesen mit einem elfen montags ich weiß aber nicht wassertempo oder endlich wampel die streifen ist nicht warum warum war leck mich denn die könnte dieses spunk das ist gefährlich den cool ist also der von papier oder den grünen zeit hier nein ich will letter wenn die da gehen es geht es lebt immer noch ja leck mich doch schmack so fazit du das ding jetzt umbringen tun soll kurz die traumbox ins team was ist man und ich bitte was ist was ist manntags für ein typ wasser wasser flug okay vier fache lektor bringe es alle ich bin in dac und in den sieben endlich eine kaffee base mit der man was anfangen kann ich habe geld und ruhe ort ich habe zehn bekommen so gut fahren ein feuriger pfad da hatte ich einen den kader das passt auch super gut hin moment seetraking kann ich hier entwickeln wenn ich die drache haut habe du musst ein punkt machen und dann ist die folge vorbei ja ich bin gleich hier ein pokémon sind der trainer nein bitte nicht nein ja okay gut hey weißt du auch mit semen und der drache haut ich hasse du nachstellen das campo machen hat semen bleibt auch die punkte breiten das ist scheiße soll ich jetzt noch gegen heiko kämpfen oder neidlich ja schon über 25 macht gegen ein pokémon ich höre noch schnell gegen das fahrrad das ist doch dann weigert sich so ein bisschen die besten spitznamen überhaupt naples bingo und dingo das ist gar nicht immer so kacke ich bin in einen trainer kampf gegangen absolut du bist ein trainer kam halt die schnauze drei pokémon und das erste ist ein azure ok leta ging wie wir alle liter king encounter und außer der typ der nur einen jahr hat aber das ist ein trainer zwei mein trainer hatte auch gerade einen liter king ja 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 rückt mich weiter an das ist jetzt gerne einer warte mal wie viel den counter hab ich jetzt eigentlich was warum alle meine pokémon schlagen die gegner aus dem pokémon nur in den roten bereich und das hört nicht auf und alle setzen dran den supertrank ein ja wird ein bisschen dauern das azure ist einfach zu krass nein nein ich hab schon zwei mal gegen das azure gemisst ja ich bin jetzt auch in einen trainer kampf reingerutscht du hast zeit epipakt es hat 3 3 rasierplatte bist es gegen den gleichen gegner schon wir halten ganz ehrlich ich wollte eigentlich so in Richtung trainer laufen und dann bringt der ich bin fertig ich nicht ich mache jetzt auch schnell ich bin in einen trainer kampf gelaufen ja mach den heiko kampf das ist in Ordnung ja ja jura bist ja ultra süß verreck wie es einfach nicht ausreicht du bist nur ein fucking kurbel alles klar ich habe einen terminus als gegner welches klurak warum ist das terminus warum ist das terminus warum ist das terminus weil du eins hast na und logisch deswegen nein das ist doch sauer nein 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 jetzt steht vor mir ein leck drüber was mich gekreide schreit hat ja lektroball mit kreides schrei ja ich meine ich habe Zeit ich habe Zeit ich habe Zeit was steckt ihn in Old Regaria rein 3 Adolf Hitler ja so ungefähr ich würde ja in Tiracho gehen aber ich habe die Yukonese aufgebraucht oh das tut mir aber leid schade er hat von nur 10 AP und das ist voll wenig das ist aber schade so ein scheiß aber auch Klammbart ja ok Slimer macht ordentlich nein kein Schlafpuder ja was schade ja gut weg damit braucht ja keiner weißt du das lektroball hat dann auch soundproof das ärgerlich da noch mal die Musik im Musik ich war doch mal die Musik im Musik nein ähm genau das hast du gesagt Slimer wach auf danke jetzt fängt es an mit dem Ultraschall aber der Mist zum Glück Danke ja die Menschen hier ja alles ich brauche noch ein Jahr oder so was oder so was aber auch noch nicht spaß des boos cool nein tut es nicht du kannst und ich bin fertig gleich ich habe an sich drei einen Counter-frei ja ich habe 5100 Ich bin fertig. Okay, speichern. Moment noch nicht. Moment noch nicht. Jetzt hör auf mich voll zu labern. Speichern. So, ich bleib stehen, ich speichern. Kann Kappa auch? Alles klar, dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Bis dann, schau. Ich sag nicht tschüss. Fuck! Fuck.